Herzlich Willi, es kommt wieder zurück zu einem weiteren diesmal nicht zu einem Video. Wir spielen heute Hold the Volk Hold the Volk, ich weiß, ich glaube es ist, ich habe keine Ahnung, ich hätte mich vielleicht vorhin mal ein bisschen informieren sollen, aber es ist irgendein, ich meine mythisches Wesen aus irgendeinem skandinavischen Land, vielleicht auch komplett erfunden, vielleicht stimmt das überhaupt nicht, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall wurde es von Game Jam gemacht, was also bedeutet, die haben meistens ein, zwei, drei, vier Wochen Zeit, um halt ein Spiel zu entwickeln, ein bestimmtes Thema und hier ging es halt um Fabelwesen aus bestimmten Ländern und das ist sogar ein 15 Minuten Game, was halt um die Hold the Volk geht, was auch immer, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich rede einfach vor mich hin, was macht ihr so heute Abend, ich hoffe ihr macht schöne Sachen, denn wir spielen jetzt Hold the Volk, mal wieder ein kürzeres Video, davon abgesehen, dass ich in den letzten drei Tagen quasi nur ein Teil gemacht habe, weiter mal, bis kürzeres. Und ja, es ist ein Pixel-Horror-Game, denn da hatten wir lange nichts mehr von, aber ich fand den Style sehr, sehr cool. Es hat eine bestimmte Ästhetik gehabt, das ganze Spiel, ich habe so zwei, drei Szenen gesehen auf YouTube, die Farben so schön, ne? Sehr schön gemacht mit der Musik und den Kamerafahrten, muss ich sagen. Es wirkt bis jetzt mehr wie ein Kurzfilm, als wirklich wie ein Spiel. Du bist irgendwo mitten im Nichts, okay. Oh, wie bin ich jetzt? Ah, okay, kann ich auch wieder gehen einfach? Nein, vielleicht nicht, ne? Die Umgebung ist aber richtig, richtig schön. Ach du Scheiße. Okay. Die Musik ist wundervoll. Ich muss ehrlich sagen, selten schafft es ein Spiel, mich innerhalb von zwei Minuten so in die Welt eintauchen zu lassen, wie hier. Ich bin voll drin. Eih, ich bin voll voll drin, okay. Die Musik hat nämlich lustigerweise ein bisschen einen Rayman 3. Ich weiß, das ist ein sehr komischer Vergleich. Ich weiß nicht warum, aber ich sehe mich so. Okay, hallo? Let's go. Ah, you must be the researcher, coming to see if that build site is free from any archeological artifacts. Yep, that's me. Let's go. The plane ride was long. I'm ready to rest up before I get to work. It's nice to meet you. Welcome to my bed and breakfast. Come on in. Your room is right up the stairs. Come and meet me in the dining area after you've settled in. Okay. Also, das ist ein Archäologe und sucht nach irgendwelchen Grabstätten oder irgendwelchen bestimmten Sachen in der Umgebung. Ich meine, wenn, dann hier, ne? Achso. Ich dachte, das wäre eine Kamerafahrt. Hallo, mein Freund. Willst du mit mir reden? Das spielt was sehr Szenastisches an sich, ne? Gefällt mir richtig gut. Die Musik ist wundervoll. Ah, ich wollte gerade sagen. Haben wir wieder unsere schönen, unsere schönen Texturen, die ich so mag? Ja, haben wir. Diese Warping. Ich liebe das. Okay. Ist das unser Zimmer? Nein, das ist das Badzimmer. Okay. Du hast ein wundervolles Haus, mein Freund. Ach du Scheiße. Hier? Nein. Hier? Ja. 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 Ich wollte dich fragen, ob du etwas über die Huldefolk kennst. Huldefolk? Was ist das? Mean creatures, das roam certain spots auf dieser island. Sie sind sehr territorial und will do anything to keep people away from their land. Didn't the builders that hired you tell you of these creatures? No, they didn't. Aber das ist ein Wundervolk, right? Oh, no. Oh, no joke at all. It is well known to the pharaohese people that these creatures exist. But these builders that hired you, they don't seem to be aware of the Huldefolk. They must be foreigners. Well, you're right on that. The builders are from the US. They want to build a hotel here. But let's say these Huldefolk are real. How would you get rid of them? You can't. If you find out the build site is filled with Huldefolk, you must stop the build project. And you must stay away from the site. The creatures are invisible. And they can reveal themselves at will. Sometimes you can capture them on film, too. How can I tell if Huldefolk live there? Keep a lookout for holes and mounds where they live in. Dirt circles on the ground indicate Huldefolk was there digging for worms. And if there is a machine on site that is damaged, there could have been Huldefolk activity. Okay, sure. I will take your advice, then. I'm only warning you. There's a common misconception about Huldefolk. Most people think they are not dangerous. But that isn't the case. I've had my encounters with the creatures before, and they don't like to be bothered. They have also taken some of my sheep. I appreciate your warning and your hospitality. Now I must go lay down a bit. I'm tired. Good morning. It's about time, I take a drive in the build site, so I can survey it. Okay, man muss halt sagen, das Voice Acting ist ziemlich mies. Der Dialog ist auch ein bisschen zu sehr direkt auf, hey, ich habe diese Informationen, die will ich dir mitgeben. Ich glaube, mit dem Spiel würde es richtig, richtig gut tun, wenn es so ein bisschen ein mysteriöser Dialog wäre. Dober Vergleich über so Dark Souls-mäßiger Dialog, wo es halt alles so ein bisschen mehr nach Poesie klingt oder sowas. Dass halt einfach so ein bisschen alles ein bisschen unklarer ist und nicht so viel geredet wird, weil so hat es ein bisschen gerade die Atmosphäre rausgenommen, finde ich. Aber was ich gut finde, ich will nur mit dem reden. Nein, mir geht einfach. Was ich gut fand, ist, dass alle Sachen, die er gerade erwähnt hat, die so Holderfolg sein könnten, können auch andere Sachen sein. Ich meine, die hat Kreise auf dem Boden, er hat Schafe verloren, kann da für irgendetwas anderes Tier gewesen sein. Maschinen, die nicht mehr funktionieren, ja, die funktionieren einfach vielleicht nicht mehr, weil, was weiß ich, Wetterbedingungen oder sowas. Jetzt überlege ich, das müsste nicht mal, vielleicht ist das gar nichts skandinavisch hier, vielleicht ist das einfach, keine Ahnung, Irland oder sowas. Die Umgebung sieht es ja so aus. Aber, ähm, Skandinavien würde ja sehr passen, weil die sind ja alle schon sehr abergläubisch, wenn es um ihre Farbe gewesen geht. War das nicht irgendwie in Norwegen oder sowas, wo selbst heute noch sehr, sehr viele Leute an Trolle und sowas glauben? Also unironisch. Ich finde das sehr sympathisch. Okay. Okay, it's time to start taking some photos and notes. Ich glaube, es wäre tatsächlich cooler gewesen, wenn du einfach kein Voice-Acting gehabt hättest. Einfach die Musik hättest drüber laufen lassen, während du, während du den Text hervon du liest. Okay. Ich will dann Fotos machen. Ihr wollt hier ein Hotel machen? Habt ihr euch mal die Umgebung angeschaut? Was soll es für ein Hotel werden? Ein 100-Sterne-Hotel? Wo Leute 1.000 Euro bezahlen die Nacht? Weil sie mit dem Nichts sind? Oh. Hier vorn. Ich hab da was gesehen. Genau in Demo. Das sieht aus, als wäre es ein lang, langes Mal abgebaut worden. Es gibt auch ein weirrtes Artifakt auf der Bildung. Vielleicht ist die Kamera schrecklich. Du hast eben gerade eine... Willst du nicht zumindest... Oh. What the fuck? Nein. Es ist einfach nur zufällig genau dann ein Fleck auf der Kamera. Na gut. Wenn du meinst. Alte Textur, der Mann. Hm. Hm. Es gibt niemanden hier. Ich kann jetzt was mit machen. Willst du auch ein Foto machen? Nein. Oh, okay. Textur. A Pile of Rocks could be the doing of people from hundreds of years ago. But more than likely it just been currently placed here by travelers or workers. Hm. Ist hier irgendwo ein Kreis auf dem Boden, den wir... Dir? Ha? Ne, das sind... Was ist das denn? Ohne Zirkels of Dirt. Are there any animals living here? Ah, Kollege. Maybe Huldefoq. Heh. Vielleicht solltest du zumindest den Typen holen und fragen, hey, ist das hier gefährlich? Oder irgendwas? Ich meine, ich würde auch nicht daran glauben, natürlich. Aber wenn du genau danach irgendwelche Sachen siehst, das ist natürlich kaputt. Ich bin ausgesinnt. Ein verabschiedeter Radiator. Das braucht etwas Verbrauchung. Es gibt auch noch ein anderes Artifakt auf meiner Fotos. Oh, verdammt Kamera. Wäre das nicht, wenigstens der Punkt, wo dir vielleicht... So, hey, Moment mal. Maybe. Maybe, maybe. Oh, na gut. Okay, wollen wir da echt reingehen? Na gut. Okay. Okay, this could be Huldefoq. Or I'm being pranked. Wie? Buh! What? What the fuck? Werden wir gesteinigt? Au. Holy shit. Das war's? What? Okay, wir haben den Ort durchsucht und es wurde nichts gefunden. Okay, der wurde nie wieder gefunden, ja. Die wurden auch sehr brutal gedötet von kleinen Goblin-Viechern. Okay, das war sehr, sehr kurz. Das war sehr, sehr kurz. Ich gucke mal, ob das selbstgemachte Musik ist. Steht das irgendwo? Der wird Soundgröße. Ich weiß nicht, ob das runtergeladen wurde oder ob die das extra für das Spiel gemacht haben. Aber wenn das extra für das Spiel gemacht wurde, dann Respekt. Weil, das ist sehr gute Musik, muss ich sagen. Okay, viel zu kurz. Viel zu fucking kurz. Wenn das ein Spiel wäre, wo man... Ey, lass mich einfach nur eine halbe Stunde lang durch die Umgebung laufen mit der Musik und ab und zu so langsam ein paar kleine Tipps finden. So, hey, hier, guck mal, da ist irgendwas auf dem Boden. Und machen nicht alle fünf Sachen, die auf diese Viecher hinausspielen. Innerhalb von so zehn Metern. Wo man denkt so, hey, Moment mal. Da sind alle drei Sachen, von denen er mich gewarnt hat, direkt nebeneinander. Und da ist eine Höhle. Vielleicht sollte ich da nicht reingehen. Aber ich meine, ja, es war halt für ein Game Jam. Das heißt, die hatten nicht so viel Zeit. Aber es wäre richtig cool gewesen, dass so ein einstündiges Spiel gewesen wäre. Oh, und dann mal so langsam die Atmosphäre genießen könnte, weil... Oh, ich war richtig drin in der Welt. Also die ersten fünf Minuten, ich weiß nicht, ob ich es aufgenommen habe, vielleicht zehn Minuten, zwar sehr, sehr kurz. Und die ersten fünf Minuten war ich so drin in der Welt. Dann, als die Viecher kamen, wurde es schnell ein bisschen too much und zu schnell. Aber ja, sowas hat echt Potenzial. Ich meine, wir haben ja schon mal... Frogo Woods haben wir gespielt. Und das war ja auch... Das war norwegisch auch, oder? Frogo Woods, meine ich. Ja. Das hat ja auch viel mit so Fold und sowas gespielt. Und das war richtig, richtig gut. Ich bin, glaube ich, generell ein Fan von so Spielen, die halt so echte Mythen oder Fabelwesen benutzen und daraus halt in irgendeiner Form ein Horrorgame machen. Weil es wirkt dadurch dann immer sehr ästhetisch, kann man sagen. Und das hier war... Es hätte großartig sein können. Es war halt nur zu kurz, ein bisschen zu direkt... Die Dialoge haben es ein bisschen versaut und das Ende war ein bisschen zu schnell. Auch, wie ich das ganz cool finde, dass wir einfach gesteinigt wurden von irgendwelchen Viechern. Ich meine, die wurden uns halt nicht zu essen gemacht oder sowas. Und die haben uns halt einfach getötet. Also ja, okay. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg, wie die das machen können. Weil die sind halt auch nicht so groß. Und holy shit, ich glaube, steinig ist wahrscheinlich die unangenehmste Art zu sterben. Oder in den Top Ten. Ich stimme, ich weiß nicht. Ich finde es unfassbar unangenehm, die Vorstellung. Logisch, weil man stirbt. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht so angenehm. Aber holy shit. Ich meine, das haben die wahrscheinlich ein paar Stunden gemacht. Weil die Viecher war nicht so groß und stark. Der arme Typ, der nicht mal geschrien hat dabei. Das ist ja schon so. Vielleicht hätte ich auch die Tipps hören sollen. Ich bin selbst schuld. Ich verdiene dies. Na gut. Das war Holdo Folk. Bewertung dafür war es zu kurz. Ich finde aber, es hätte richtig Potenzial haben können, wenn es länger gewesen wäre. Wenn sie mehr, so mehr diese Ästhetikbonus benutzt hätten. Von dieser wunderschöne Umgebung und der Musik. Einfach ein bisschen langsam langlaufen. Man kommt dann vielleicht innerhalb von einer halben Stunde zur Höhle. Dann erkundet man vielleicht die Höhle so 10 Minuten. Dann kommt halt die Viecher, dann ist es vorbei. Das muss nicht mal super lang sein. Das hätte richtig, richtig gut sein können. Na gut. Schaut die Kontakten, dass ihr davon haltet. Na, wie ich sage. Bye, bye.